Yo, was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns auf jeden Fall den Gegenstand-Shop vom 29.09.2020 an. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mit einem Daumen da lasst, außerdem könnt ihr meinen Partner Pico Keys abschicken für den Bangra Boogieer-Mode und für den Galaxy Spray, beides extrem selten und wird bald nicht mehr verfügbar sein. Es gibt nur noch sehr wenige Keys. Ich bin gespannt, was heute in den Shop kommt. Ich hoffe natürlich eine neue Sache. Ich hoffe natürlich auf der linken Seite. Schauen wir einfach mal rein. Und wir haben leider nichts Krasses auf den ersten Blick. Aber wir haben Renegade auf der ganz linken Seite. Schauen wir uns gleich nochmal an, was es damit auf sich hat. Blade ist jetzt raus. Ich habe euch gestern vorgewarnt. War letzte Chance gewesen und nun ist es tatsächlich weg. Fangen wir auf jeden Fall hier auf der rechten Seite mit dem Überholer an. War zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen, 20 Mal im Shop. Weibliche Version ist 1000 Mal besser. Dann haben wir hier die Drachen-Axt. War zuletzt vor 43 Tagen drin gewesen, 30 Mal im Shop und kostet 800 V-Bucks. Ist jetzt nicht so die beste Spitzsacke. Fraktalpunkt 500 V-Bucks zuletzt vor 37 Tagen drin gewesen und insgesamt 13 Mal bis jetzt im Shop. Dann haben wir hier oben CTR für 200 V-Bucks zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 13 Mal im Shop. Unten haben wir immer mit der Ruhe 200 V-Bucks zuletzt vor 32 Tagen drin gewesen und 8 Mal im Shop. Dann haben wir hier nochmal Boxenstopp zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen und 41 Mal im Shop. Also auf der rechten Seite eigentlich im Großen und Ganzen nichts Spektakuläres. Kommen wir nun aber jetzt zu der linken Seite und schauen wir uns die Sachen hier drüben mal an. Fangen wir hier mit dem ewigen Nullpunkt, Unendlichkeit und Sternenschlag an. Der Skin an sich ist auf jeden Fall meiner Meinung nach jetzt nicht so besonders. Rückenaccessoire ist aber eigentlich schon ganz cool. Zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 13 Mal im Shop. Dann haben wir den Rack-Skin am Start für 2000 V-Bucks. Passend dazu Dino-Kommando für 2000 V-Bucks. Rote Schuppen, Dino und alles was ihr gerade gesehen habt war zuletzt vor 34 Tagen drin gewesen. Dann gehen wir jetzt hier ein zweiter. Farbenbomberin, Farbenkanonier, Regenbogenwucht, Farbenballon. Alles Freunde war zuletzt vor 35 Tagen drin gewesen. Müsst ihr selber wissen ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Farbenkanonier kaufen, Rucksack davon nehmen, auf Farbenbomberin klatschen. Beste Kombi. Dann meine Freunde haben wir Renegade wieder zurück. Und zwar nach 42 Tagen. Also der TikTok-Emote. Ich denke mal den meisten sollte das Ganze auf jeden Fall bewusst sein. War bis jetzt insgesamt dreimal im Shop gewesen. Gönnt euch das Ganze. Ich habe das Ganze verpasst. Aber wurde sich nun gegönnt. Wichtig meine Freunde. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Ready-Die-Welt-Modus. Ich kann euch wie gesagt nur empfehlen meinen Partner Pico-Kies abzuchecken. Ihr findet da unter anderem Exklusiv-Skins. Und natürlich auch Game-Keys wie beispielsweise, also so Guthaben, Playstation, Nintendo, Xbox. Alles drum und dran. Dann haben wir im Lama-Shop heute im Ready-Die-Welt-Modus. Welches Lama? Let's to them go. Super Anhänger-Lama für 1000 V-Bucks. In dem Falle lohnt sich das auf jeden Fall definitiv nicht. Aber ein kostenloses Upgrade-Lama ist auch vorhanden. Also checkt das Ganze gerne aus. Im Gegenschein-Shop ist weiterhin alles gleich geblieben meine Freunde. Und das meine Freunde soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wenn das euch gefallen hat, lasst euch gerne mal einen Daumen. Dann vergesst nicht zu abonnieren und den Glocken zu klären. Ich würde dann sagen, wir haben uns soweit im nächsten Video. Auf jeden Fall meine Freunde und ciao.